Die Ukraine hat verärgert auf das Telefonat von Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin reagiert. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, Scholz habe ihn vorab informiert. Er kritisierte aber, das Gespräch entspräche lediglich dem Wunsch Putins, die Isolation Russlands zu verringern. Gestern hatte der Kanzler zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder mit dem russischen Staatschef telefoniert. Nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit forderte Scholz Putin unter anderem auf, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017